Mein Name ist Christopher Murgelas und ich bin Vertriebsingenieur bei Flottweg und zuständig für das Vertriebs im Gebiet Südosteuropa und im Nahen Osten in der Abteilung Kommunale Projekte. Dieses Jahr stellen wir unser neues Xelletor-System vor. Das Besondere daran ist, dass bei dem Xelletor-System nicht mehr wie herkömmlichen Zentrifugen eine geschlossene Schneckenstruktur die Basis bildet, sondern eine offene Gitterstruktur, die uns den Vorteil bringt, dass bei gleichem Außendurchmesser der Zentrifuge der Durchsatz sowie die Leistung der Zentrifuge im Allgemeinen erhöht wird. Die konkreten Vorteile sind vor allem beim Stromverbrauch der Zentrifuge. Hier konnten wir Leistungseinsparungen von bis zu 25 Prozent zeigen, aber auch in dem Durchsatz der bis zu 15 Prozent über dem der aktuellen, momentan auf dem Markt verfügbaren Zentrifugen-Generationen betrifft. Zum Beispiel ihrer direkt